Moin Leute die Lock hier. Spielen wieder eine Heroes of the Storm. Wir schauen mal diesmal Gegner-Team ohne Heiler. Der Kampf beginnt in zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins, geht ja schon gut los. Was auch immer er für ein Problem hat. Achtung, heiß und fettig! Kloppe, kloppe, reiter! Wenn er stirbt, dann schreit er! Das erste Blut wurde vergossen. Okay, der war schlecht getroffen. Der Tracer ist flink. Das könnte gut werden! Okay, was macht Varian da? Ich kriege die nicht richtig rausgesprengt, das ist gerade ein bisschen doof. Ich fühle mich wieder bombig! Should we go for camp? Oh, ne? Cool! Ahahahaha! Ahah! Ahaha! 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 Du musst wissen! Ah! Unser Kraft! Aja! Ein großartiger Sieg. Doch es bleibt noch viel zu tun. Ahahahah! Ah! Heute wird frei Haus geliefert! Ach, ich fühl mich noch falsch! Oh, Wahnsinn! Das war toll! Doppelkill! So, das gefällt doch schon mal und schmeckt. Komm schon, genau. Sehr gut, sehr gut. Team is on point. Okay, den hab ich da durchgeballert. Die Schreine werden bald aktiv sein. Der war ein bisschen... Ah, er gibt mir Stacks ohne Ende. Geil. Und noch mehr Stacks. Supi, supi, supi. Wir stacken. Vorwärts! Aktiviert den Schrei! Und vernichtet seine Wächter! Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen! Wir haben so viel AOE, ne? Sollte da theoretisch alles möglich sein. Das wird euch geholfen! Das wird euch geholfen! Ah, sorry! Nein! Jetzt geht's los! Okay, der war doof gelegt. Mhm, mhm. Ich hab da mal was vorbereitet. Ach komm, was hat er mich denn da drin sehen können? Ach. Ach. Ach, schau, der wäre oben durchgelaufen. Da oben, der versucht Stress zu machen, ne? Ja. Blutrausch. Mit Vergnügen? Ach. Ihr habt getan, was getan werden musste. Ach, jetzt braucht ihr mich. Ich verstehe. Stammt in Schacken! Also er gibt mir auf jeden Fall Stacks, das ist echt gut. Na komm schon von der Welle, lass ich mich jetzt nicht wegplachen hier. Ja. So, der war doch sehr gut. Gar nicht schlecht. Fußbus unterwegs. Die Wave clearen wir noch eben und dann... Nehmen wir weiter hier runter. Was geht hier unten für Action? Und ihr sie damit einfach so davon kommen lassen? Hm? 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 Was ist der Vorteil hier drinnen, egal wo sie abbrecht? Irgendwie... Ausgezeichnet! Wir haben einen Eisbestrafer gerufen! Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Stacks! Ich will mehr Stacks! Sehr gut! Stammt! Insekten! Vorvernichtet! Unterbrecht mich bitte, wenn ihr den schon kennt! Ja, dann sprengen wir direkt hier alles weiter weg, ne? Und holen uns mal ein paar Stacks! Sehr gut! Bleibt schön, immer drin stehen! Okay, der da oben will Druck machen mit nem Camp, alles klar! Lass uns doch hier unten Druck machen mit so nem Camp! Ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich hab grade einen Heidenspaß! Äh, äh, ähm, äh, ich muss weg! Bis später! Das könnte gut werden! Ha, ha, ha! Verdammt sind wir gut! Da läuft der da rein! Wie geil! Ja, geil! Und der war geschenkt, oder? Jetzt hab ich noch nicht einmal meine Ult einsetzen können, ne? Das ist ja auch irgendwie... Come on! Mach mich direkt! Team Boss! Perfekt! Guck! Schneid euch bessern! Wieso... Wieso weiß er nicht, wie man sich wegjeetet? okay dann kriege ich nicht mehr so Das ist doch alles nicht so verkehrt. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was soll's, ich komme hier runter zum helfen. Wo ist denn die hin? Dann hat die mich ausgetrickst, ja? Die hat mich voll ausgetrickst. Ich hab da mal was vorbereitet. Das fühlt sich gut an, nicht wahr? So weit komme ich nicht, oder? Schade. Der war ein bisschen zu optimistisch. Nein! Nein! Warum nicht? Vorsicht gegen Verkehr! Wir haben gesiebt! Wir haben gesiebt! Schade! Ich dachte, er wäre noch in meinen Granaten drin stehen geblieben, aber nein. Ich muss hier raus, Leute, danke! Sie verdienen es zu brennen! Haltet euch bereit! Ein Schrank baut Energie auf! Macht sie mir zu alt! Und das ist halt echt immer, ne? Die haut halt immer einfach ab! Und das ist halt immer ein Schrank! Alles noch dran! Vor den Gegenverkehr! Jetzt geht's los! Festung vernichtet! Helden! Entfesselnd den Bestrafer! Er soll unsere Feinde ins Stöcke reißen! Was auch immer Variant vorhat! Der kriegt da mal eine Salve ab und dann machen wir das hier! Ich kann eurem Sound spüren! Macht ihn euch zunutze! Schneid euch besser an! So, 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 okay! Okay! Mori platt! Mori platt! Danke! Das war doch very, very nice! Ein großartiger Sieg! Doch es bleibt noch viel zu tun! Na, das ist crazy, das trifft es schon ganz gut, ne? Ich weiß nicht, wie's euch geht! Aber ich hab gerade einen Heidenspaß! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Großartiges Glas! Na, Varion hat alleine keinen Lust zu verteidigen, wa? Ja! Ja! Das ist eure Bestimmung! Ich weiß nicht, wie's euch geht! Aber ich hab gerade einen Heidenspaß! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Wie wär's mit einer Falle finden! Perfekt! Einfach drauf! Nice! Heieiei! Heiei! Diese Insekten etwa gedacht, sie könnten gegen euch bestehen! Nice troll! MVP! Heie! Heie! He, he! Ich bin der MVP Troll! Yeah! Also keine Ahnung, was er für ein Problem hatte! Anscheinend mag er das nicht, wenn Leute Junkrat picken, aber... Das lief doch ganz gut! Oh, wir machen sogar noch ne Stufe hier! Das ist doch richtig gut! Schalalala! Na jo, Teig ist halt auch gut abgeliefert, ne? Muss man schon so sagen! Machen alle stark! Ah! Guckt mal! Dann gibt's gleich ne Runde zu zweit! Dann sag ich erstmal, das war's für heute! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in einer Zweiergruppe! Einen schönen und schönen Tag! Ciao, ciao! that goes too! del